Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass Martin Freisel möglicherweise Schalke verlässt oder halt auch nicht. Aber klar ist natürlich auch, sollte er gehen, ist natürlich ganz klar, dass ein neuer Torhüter kommen wird, der eben auch dann die Nummer 1 ist. Schalke suchte da wohl schon nach einem neuen Torhüter und es gibt ja schon einige Namen, die in den Medien kursieren. Denn letzten Freitag gab es noch mal drei konkrete Namen mit Finn Dahmen von Mainz 05, Christian Früchtel im FC Bayern, sowie auch Alexander Mayer vom SSV Jan Regensburg. Drei Keeper, drei verschiedene Typen, zum einen Früchtel als junges Talent, wir haben Finn Dahmen, der auch noch ein Talent ist, aber auch schon ein bisschen Erfahrung hat, sowie Alexander Mayer, der schon über 30 ist, damit auch eine gewisse Erfahrung mitbringt. Wie auch Schalke Total berichtet, gibt es auch noch einen vierten Namen und das ist Timo Horn. Denn auf ihrer Website haben sie folgenden Text dazu geschrieben. Gerüchteweise fällt auf Schalke Indes immer wieder auch der Name Timo Horn. Der 28-jährige hat beim 1. FC Köln seinen jahrelangen Stammplatz an Marvin Schwebe verloren und steht im Sommer wohl vor einer Veränderung. Und somit kann man sicherlich auch noch über Timo Horn sprechen. Ein für mich durchaus spannender Keeper, der beim FC seinen Stammplatz eingebüßt hat und damit höchstwahrscheinlich im Sommer wechseln wird, weil er sie einfach nicht als Nummer 2 sieht. Horn ist ein Keeper, der vielleicht bei Köln ein ähnliches Ding hat wie bei uns. Ralf Fährmann an sich schätzt man ihn extrem, aber es gibt auch viele Stimmen, die sagen, spielerisch zu schwach, zu unsicher. Nicht mehr so die Power wie ich noch vor ein paar Jahren. Das kann man, finde ich, schon durchaus ganz gut vergleichen. Trotzdem Timo Horn, 28 Jahre alt, auf der Linie unglaublich stark. Und ich fand auch in der Innenrunde hat er sie nochmal deutlich verbessert im Vergleich zu den Vorjahren. Somit auch er möglicherweise ein Name, über den man spricht. Aber auch hier denke ich mal wieder, wenn wir einen neuen Torhüter holen, möglicherweise sogar einen, von dem man aktuell noch gar nicht so wirklich gehört hat. Eure Meinung zur Torwart-Suche mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.